Was ist? Hier, frisst Bücher! Watch this! Leave me alone! Leave me alone! Oh Gott! Bei mir ist das Problem, wenn ich Panik schiebe, dann schreie ich zuerst und dann fange ich an zu lachen. Das bedeutet, wenn jemand mit einem Messer vor mir stehen würde und mich bedrohen würde, würde ich das und dann... Und ja. Okay. The fuck was that? Also, ich weiß, womit ich es hier zu tun habe. Ich habe es mit einem unsichtbaren Wassermonster zu tun, das mich mit zwei Schlägen umbringt. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Deil, geh auf die Kiste, du! Das fiel gerade so weit weg. Oh Gott, geh auf die Kiste! Oh Gott, geh auf die scheiß Kiste! Oh Gott, geh auf die scheiß Kiste! Ich kann mein Herz fühlen. Okay. Ich hab nen schlimmen Teil geschafft. Ich würd das gern behalten für's Erste. Scheiße. Bitte doch, nicht. Da, guck da hinten. Geh bloß nicht von der Kiste! Schmeckt's dir? Das freut mich. Ich will den Oberkörper... Da liegt was im Wasser. Öl. Das ist sehr hell. Ich wirf gleich ne Kiste auf dich, Bitch! Scheiße. Gut, das war jetzt nicht so geil. Gut, das auch nicht. Alter, kannst du mal die Kisten in Ruhe lassen? Das war jetzt nicht so geil. Das war jetzt nicht so geil. Ja, das war jetzt nicht so geil. Ich bin so geil. Scheiße, ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Okay, doch nicht. Hast du mal da Hand frei? Verschlüsse, weil... Lollollolloll! Oh, you mad, you mad, die Musik ist weg. Das bedroht mich da am ganzen Spiel. Die Ölflasche holen. Ich baue mir da jetzt einen Weg vor. Scheiße, ich hab nur noch 10 Minuten zu nehmen. Hey, verpiss dich, weh, du verschiebst meine Box und dann kill ich dich. Wack es nicht! Meine Box! Das ist meine Box! Ich... Boah, ich... Boah, fick dich doch! Da, hol dir die Box! Arschloch, mir reichen zwei. Ah, wer ist ein süßes, kleines, unsichtbares Wassermonster, der mich zerfleischen will? Ja, wer ist ein süßes, kleines, unsichtbares Wassermonster, der mich zerfleischen will? Lass die Kiste! Ich schwör! Ich schwör, alter! Da kommt der Agro in mir hoch! Und was geht so? Boah, ich dachte, der mich fällt runter. Fuck es nicht! Boah! Digga! Meine Kiste! Lass meine Kisten in Ruhe! Ich... Boah, ich... Boah, du Bruder, Hörner! Wo? Boah, du Bruder, du Bruder, du Bruder, du Bruder! Willst du meine Kisten verschieben? Ja, komm deine Mama, ey! Bam! Bitch! Ähm... Hol die Kiste! Wir sind wirklich voll falsch aus, ja? Okay, bis zum Anschlag und dann... Oh Gott! Gott fucking damn it! Drück ich die Windows-Taste random vom Panik! Komm ja, erfick dich doch! Ähm, was war das? Ja, warte mal, erst mal. Hier. Dann halt beide, Pins Cop! Wo war die Nadel? Da war die Nadel. Versuchst du unheimlich zu sein? Du bist nicht unheimlich! Gibt's hier sonst noch was? Nö. Okay. Eye of the Tiger! Woo! Okay. I got this. Guys, I got this. I got this. Döte du 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 du- Döte du du du- Diese Musik, ey! Wehh! Du verschiebst! Meine Kiste! Meine Kiste! Digga. Meine Kiste. So. So, lass mich da rein. Oh nein, jetzt kommt dieser extrem beschissene Kack, etwas großes Glitz an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sie an die Oberfläche, Hilfe, schrie er, und der Ozean verschlang ihn erneut. Oh nein, oh nein, oh nein. I know what... Boah, ja, erschreck mich doch, du seltsamer Gliver. Ich hab die Grafikanstellung, by the way. Oh Gott. I love the triangle, my fucking goodness! Run, fuck, run, 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 run! Run, 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 run! Run, 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 run! Und wenn einfach das Mikro steuert, das Fee ist direkt hinter mir und ich hab gerade durch die Decke geguckt. Hallo, geh auf! Hallo, geh auf, bitte! Danke. Oh, ne Tür. Ah, 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 ah! Ich bin glieder, ich bin glieder! Ja! Oh Gott, ich hab sie überlebt, oh Gott! Er fühlte, wie er aufs offene Meer getrieben wurde. Das ist mir so egal, was entsteht, ich freu mich gerade so. Oh, ja! Ah! Ich hatte solche Angst vor dem Teil. Ah. Macht Spaß, kleine Mädchen. Beim Angst haben zuzugucken, nicht? Ich wette, es gibt welche, die stellen sich viel schlimmer an als ich. Gut, da ich jetzt noch fünf Minuten hab, um dann daraus zwei Folgen zu packen, bin ich jetzt noch unproduktiv in der Gegend rum? Nein, ich könnte ja, ich weiß, was schon. Run, 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 run! Ich sollte öfters mal an die Stoppuhr denken. Machen wir noch das Gästezimmer. Ist das wieder ein Traum, dachte er und schrie aus vollem Hals. Komm, lad schneller! Komm, lad schneller! Ah, ah, ah! 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 Schwachsinn, warum sollte da was sein? Tja, wer weiß, wer... aus welchem Grund dein... Journal... geklaut hat... Ich kann Französisch, Eiffelturm. Insider. Tut mir echt sorry, traurig, Leute. Aber da eh nur... Drei von neun Abonnenten, die so Videos gucken. Maximal. Gut, hier mache ich einen Schnitt. Weil es garantiert nicht mehr reicht. Weg damit. Ähm, ja. Danke fürs Zuschauen. Und es kann sein, dass ich sobald diese Folge ge-up-loadet ist, dass ich da ein neues Kanaldesign habe. Und wenn euch interessiert, wer das gepaintet hat, ich werde wahrscheinlich ihre offizielle Facebook-Seite unten in der Kanal-Beschreibung verlinken. Wahrscheinlich auch in der Kanal-Beschreibung. Einfach aus Prinzip, weil ich nett bin und weil es meine beste Freundin ist. Und die das Video sowieso gucken will, sie ist eine der drei. Ähm, ja. Das war's. Gut. Also, wenn euch das interessiert, ihr könnt... Wenn ihr sie ganz, 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 ganz nett drum bitte, dass sie euch was malt, dann malt sie euch bestimmt was. Nein, macht sie nicht. Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an. Könnte gut sein, dass sie sich darüber freut, Anfragen zu kriegen. Ich weiß es nicht. Gut. Also, ne? Danke fürs Schauen und... Tschüss!